Oh mein Gott. Scheiße! Ja. Macht mich fertig. Natürlich. Komm, vielleicht bin ich da rein, ohne dass die nicht stehen. Aber das glaube ich eher nicht. Wow! Äh, ja. Ja. Ich habe eigentlich alles, was ich hatte. Außer... ... 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 In ... ... ... ... Ich weiß es tatsächlich nicht, was ich machen soll. Ich gucke gerade mal kurz auf die Uhrzeit, die wir haben. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Das bedeutet, entweder aussitzen oder woanders hinlaufen. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Das ist wirklich, naja, ich möchte nicht sagen, direkt doof, aber... Place the button, get started. Two-part-Bürger. Okay. Okay. Au. 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 Weg hier. Ich muss wohl überall Zombiefleisch essen. Dafür habe ich jetzt Hunger, aber egal. Oh mein Gott, ich habe ziemlich viel Hunger da. Ah, da habe ich wieder Seeds bekommen. Ja, Seeds wäre vielleicht mal eine... Lass die mal da ein bisschen arbeiten. Potatoes. Carrots. Genial. Hol ich mir nochmal eben Karotten. Sind ja auch ein gutes... Nahrungsmittel, so Karotten. Kann man natürlich sehr gerne essen. Und sind auch nicht... Zu kalorien... Stärkend... Oder kalorienreich. Also ist gut für die Ad, Leute. Oh, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß. So. Einmal wieder Kohle, Kohle, Kohle. Farmen. Ich hoffe, das sieht man irgendwie an der Aufnahme, denn man sagt ja immer YouTube... Ach, die Aufnahmen generell etwas dunkler, als sie eigentlich sinkt. Und das wäre eine schlechte Idee. Ich glaube, ich mache einfach nochmal Gamma etwas höher. Ja. So. Jetzt müsste man alles sehen. Was ist denn da vorne? Genau. Holz brauchen wir nochmal. Ich habe noch keine Axt gebaut und noch keine Schaufel. Okay, kann ich nicht abbauen. Schlecht oder gut? Lass mal noch ein bisschen Holz holen. Naturawood. Wie schön. Oh ne, ich höre wieder Zombies. Oh. Gut. Ich hörte Zombies. Hier ist nochmal ein bisschen Kohle. Wie schön. Eisen. Ähm. Genau. Ich wollte mir eine Turtle bauen, die für mich farmt. Damit ich das nicht die ganze Zeit machen muss. Ist wahrscheinlich auch sinnvoller. Ist wahrscheinlich auch sinnvoller. Anstatt, dass ich jetzt die ganze Zeit hier durch die Gegend irre. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich dafür brauche. Das kann ich in der nächsten Nacht nachgucken. Das ist Amber. Quarz. Und so lange gehe ich halt ein bisschen Höhlenauskundschaften. Auch wenn ich wahrscheinlich die Höhle dann schon dreimal abgegangen bin. Aber man findet ja, wie man hier sehen kann, immer wieder was Neues. Und ein Skelett. Soll ich da drauf gehen? Ja. Scheiße. Nein. Was mache ich jetzt? Boah. Wie viel Schaden hat die? Vier und drei. Gut. Thieves. Ach. Der klaut mir das, was ich in der Hand habe. Ja, schön zu wissen. Jetzt gehe ich da garantierend nicht mehr hin. Irgendwie glaube ich lieber, sollte ich den Special Mod ausmachen. Denn damit werde ich nicht fertig. Oder ich stelle den einfach auf leicht. Also es ist hier noch eine Einfindungsphase, würde ich sagen. Und man kann ja immer noch was verändern. Man kann ja immer noch... Calculate. Was ist das? Immer noch während des laufenden Spiels die Regeln ändern. Wo war der? Ich habe den jetzt überhaupt nicht gesehen. Wo war der? Und haben wir hier das nächste bisschen Eisen. Wie schön. Calculate. Keine Ahnung, was das ist. Nehme ich einfach alles mal mit. Und dann gucke ich gleich mal, wie man so eine Turtle baut. Oh. Das hört sich drohlich an über mir. Nein. Nicht noch so ein... Wow. Okay. Der hat mir einen Block geklaut. Was ist denn das? Ein Jumping Creeper. Ähm. Ja, ich würde sagen, die Special-Mob-Sachen lasse ich raus, denn sonst wird das einfach zu lange in der nächsten Aufnahmesession. Und so lange mache ich alle möglichen anderen Scheiß. Ein Zombie. Ein Zombie. Ein Zombie. Raspberry Seeds. Genau, ich wollte mir noch mal jetzt auch noch nach Schafen suchen. Ja. Äh. Ja.